Hallo zusammen, da sind wir wieder in Life of Pi, hier auf den Tischern bei der weinenden Frau, die ihr Kind sucht oder zurück möchte. Ich bin jetzt noch mal aufgestiegen mit Pippi und die Waffe habe ich noch mal verbessert. Ich glaube, es gibt keine Waffe in dem Spiel. Kein andere, oder? Also zumindest kann ich mir nicht sagen, was soll ich denn machen? Ich habe sie halt verbessert. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir eigentlich irgendwas an Klamotten gekriegt? Ach du, mit dem sind wir gestattet. Das Zeig haben wir da als Bonus gekriegt. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Die rote Nase, ich weiß nicht. Das haben wir auch gezogen. Warte mal, wie sieht denn das aus? Ach du Scheiße. Nee, das gefällt mir. Sieht besser aus, oder? Die Mütze vielleicht? Schäferhund. Das ist auch nicht schlecht aus, oder? Aber das ist auch cool. Naja, ich weiß nicht. Passt das haben wir, oder? Brille? Haben wir noch die Nase? Nee, das freut mich nicht. Wir lassen das mal, oder? Ja, gut. Wird nichts bringen. Rüstung gibt es hier nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob man mit dem ähnlich wäre, da. Na, was ist ein Sprung vielleicht? Mal gucken. Sprung auch Griff, hä? Das bringt nichts. Der kommt nicht her, hä? Ah, das ist auch blöd. Ah doch, der kommt schon. Habe ich was? Nee, hörsch auf. Ach guterlei, bleib bloß da. Oje. Wird nicht viel gebrocht jetzt, ne? Kannst nicht blocken, oder? Wenn er pfeift, ist alles okay, ja. Stimmt. Okay, langsam. Warte mal einen Moment. Was wollte ich denn machen jetzt eigentlich? Achtung. Was? Ich wollte irgendwas ausprobieren. Ich wollte es nicht mehr als ich jetzt vergesse. Okay, jetzt. Trink was. Get my Pucker, Freunde. Mit einem Parry vielleicht. Okay, evo, evo, schen. Trink was. Wow, das hat geklappt. Aber ich... Oh, Kopf. Was? Wie? Wo? Haben wir jetzt doch Wasser gekriegt? Scheiße, sind wir in Sicherheit, oder? Irgendwie. Safety first? Haha, keine Ahnung. Mach doch mal die Lampe aus, das ist der doch bloß. Geht, ne? Alles klar. Was haben wir jetzt gesagt? Waffe haben wir gekriegt, ne? Wo sind da die Waffen hier? So. Was ist das? Knüppel eines Kopfs. Der Kopf eines Knüppels der Gratpolizei. Der ist halt nicht aufgerüstet. Der pluckt besser, ne? Aber Entschlossenheit B. Das Säbel auf C. Und Technik auf C. Und der ist Entschlossenheit B. Und Technik auf D. Ja, da muss man halt... Was wird das dann auswählen? Hab ich gar nicht mehr drauf gedacht an das. Können wir das jetzt mit auswählen? Äh... Warte mal, grad. Warte mal, grad. Oh, die Rolle ist noch okay, oder? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung, oder? Ich hab wirklich keine Ahnung. Was hast du denn da unten mit der Lampe? Warte, wo ist der jetzt? Ah, der ist aber ganz repariert, nicht? Nur da müsste man... Vielleicht bisschen schleifen. Jetzt mach ich aber auf da, gell? Es sind noch mehr von den Heunis da draußen. Wir brauchen jetzt irgendeinen... Was sag ich? Ja, interessiert mich den Scheiß, was die da schreiben. Story relevant. Mir ist egal. Wir suchen Geppetto. Und dann ziehen wir ihm den Hut ab. Fertig. Sechs Fischer da. Was war denn das eben? Ultimative Verteidigungstechnik. Errungenschaft. Ultimativ war das jetzt. Okay, alles klar. Wenn's ultimativ war, dann ist ja okay. So, Achtung. Da kann man die Tür aufmachen. Jetzt rote Lämpchen. Was haben wir da jetzt auch gesammelt? Sägezahne. Prima, oder? Bim, bim, bim. So, Achtung. Gip, bim. So, Achtung. Gip, bim. Oh, was ist das jetzt? Oh, was ist das jetzt? Oder A, Waffe. Oh. Achtung. Achtung. Bim, bim, bim. 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 wird man eigentlich mal mitnehmen was ist es an ist das sogar er lehrte fortschritt 390 wo 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 etwas schwer mir scheißegal ob das schwer ist oder endlich tag habe dort schritt b an verlegt werden ja ich bitte jetzt auch noch natürlich ein paar ergo ausgewohnen aber da hat es genug verdient verheit oder der typ so um wie funktionierte die kraft nur erst die gionswaffe ist immer noch der arm drin dann täte ich viel zu wenig nämlich war alles parat habe ich gekauft ja sauer verdientes ergo hier sind da alle zwei ich habe zwei räder und vielleicht mal einer her look oder und hier gar nicht locker gut vielleicht ein bisschen träger ja schuf du dreckig können ist vielleicht ein bisschen träger die waffe nicht so schnell wie der wie der säbel naja gut was machen wir nicht wir gehen jetzt mutternaus und lassen uns verdrechen ok mit dem konnte ich aber ablocken trinken wir mal was die alchemistenbrücke ist immer noch bewölkt aber es regnet gott sei dank da vorne ist ja dann schon alle puppen wurden werden die 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 was die die sie und das die die goo da elf Das ist jetzt der Verrückte Ese. Okay, warte mal. Ich probiere jetzt mal die Honor. Okay, das sieht so aus wie wenn die mir schade macht, oder? Okay, das zeige ich schon. Habe ich noch was zum Werfen? Okay, warte mal. Wir müssen so eine Honor-Taktik. Was für Annie? Ich weiß es nicht. Haben wir eine Taktik? Ach so! Das kann er nicht, das kann er nicht. Trink was, nehmen wir Ampulle. Das werde ich mal wenig, oder? Ach komm, Freunde! Ach so, das ist... Okay, Freunde, das war nichts. Ah, da tun wir nichts auslösen, da tun wir was aktivieren. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ah, der Kolbe scheint... Hätten wir vielleicht besser den Kolbe hochgerüstet, wie... Aber ich habe ja nicht gewusst. Ja, du hättest doch gewusst. Ja, aber nicht von Anfang an, alles klar. So, wo geht es denn raus hier? Gut. So. Laufen wir aber durch, oder? Wenn wir Humble-Männer rummachen, oder? Trink nichts, oder? Sven hat Fettzee, Ergo liegt da vorne. Gucken wir die jetzt raus, oder? So, langsam, langsam, langsam. Wir wollen ja, wenn es... Hängt da wieder, ja. Zurück, bitte. Braucht den Platz. Okay, dann probieren wir A aus. Was haben wir noch? Irgendwas zum Werfen, noch? Nehmen wir mal so hin. Was hast du denn jetzt gemacht? Das hätt ich nicht gebraucht. Das andere wär's gewesen, das doch. Okay, Achtung. Halt, ähm. Woi, mit? Ne, hör auf. Okay. Trinken wir was. Oh! Hallo, ich komme nicht mehr hin zu dem, ja. Okay, ja. War ich da aus, alles? So, können wir schon irgendwas machen? Ne? Ne, ist schon wieder vorbei. Wow! Geht aber, ne? Warten wir mal in einen Rage verfallen. Warten wir mal langsam, da müssen wir taktisch vorgehen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Das ist ganz schön neu. Der hat halt eine Reischweite ohne Ende, ne? Interessiert ihn gar nicht, wenn wir auf den Eibischen, ne? Okay. Okay, die Reischweite ist scheiße. Aber mit dem, äh, 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 Longschwert besser. Au! Ich hab nicht mehr, scheiße. Ich muss da nicht aufgucken. Ja, ich weiß. Okay, Freunde, das wird funktioniert. Wer liegt da? Ja, ich weiß, du konntest was willst du machen. Da ist er, der Pippe-Tor. Versuch, dass er der Kupp nicht aufhört. Cinshot, ja. Ja, ich weiß. Wir treffen uns, Son. Es ist ein Traum, zu sehen, dass du so gesehen hast. Ich verstehe warum einige Leute mich nicht verweigern. Ich habe die Puppets gezwungen gemacht. Ich sollte die Verantwortung nehmen als der Macher. Aber in Ordnung für mich zu tun, ich muss die Puppets geholfen in der City Hall. Willst du mir nicht helfen, Son? Geh das. Du findest es die meisten sinnvolle. Aha. Jagdbekleidung des verrückten Esels, die Maske, ein Schlüssel. Und das andere habe ich nicht lesen können. Ich möchte alles über deine Erfahrungen hören. Aber jetzt ist es kein guter Zeit. Use the Stalker's Key to open the Bridge Door. Then get rid of the frenzied Puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Kraut when you're done. I want to hear. Use this little ketchup. Ja, ich weiß. Oh, sorry. Ich habe immer zu viel drauf gedrückt. Muldo. Das ist der Service von Kratz. Von Kratz. Fehlt bloß bisschen was. Oder muss man die Schiebe. Ich glaube nicht. So, Freunde. Ich würde sagen, wir machen... Momentan. Könnte man eigentlich auch... So, könnte man aufmachen. Oder? So. Sammelt das noch euch? Oh, versteckter Mondstein. Ich wünsche noch was irgendwo. Was haben wir gekriegt? Viel haben wir ja nicht gekriegt. 1200 oder so. Aber ich gucke mal die Waffe auf. Was ich da noch gekriegt habe. So, ich sage noch mal... Mach mal auf. Das ist ein Stargater. Mach doch mal auf. Da kommt schon gleich der erste Bus. Oder der zweite als am Tutorial-Boss. Wo ist denn mal auch eine Religionswaffe? So, warte mal. Was ist denn das? Waffen montieren. Du kannst Waffen über Eugenie im Hotel oder bei einem Strahlser montieren. Du kannst deine Waffen in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften einer Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Ah, guck mal da auch. Etwas schwer. Was heißt etwas schwer? Was ist denn das? Achso, das ist der Knüppel und da... Das ist plus zwei. Jetzt könnte ich das nehmen. Oder das so. Kann man das dann wieder rückgängig machen, Freunde? Griff. Flagchance. Rasender Einschlag. Oh je, das ist schwierig, jetzt zu entscheiden. Das ist leichter. Wenn ich dort den Griff nehme. Oder, Moment mal, die Klinge. Das ist der Neumann. Dann habe ich überhaupt gereicht weiter, wenn ich dann das... Hey Freunde, das mache ich mal jetzt nicht. Ich würde sagen, ähm... Mir fällt nichts Dümmeres an jetzt. Ich gehe nochmal zurück ins Hotel und mache mal da einen Cut, okay? Und steigen wieder an, wenn wir da sind. Alles klar. Okay, dann mach's, bis dann.